hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu meinem video schön dass ihr wieder mit dabei seid wir öffnen gleich zweimal türchen fünf einmal meinen persönlichen kalender und einmal das kalender türchen hier im spiel vorher aber noch mein persönliches türchen für euch mit einem wunderschönen gedicht wie ich finde erstmal was ganz ganz anderes das kannte ich so gar nicht und ich denke mal das wird euch auch gefallen es heißt träume schön es kommt der nikolaus der himmel so blau der schnee so weiß überall brennen kerzen zur winterszeit man erzählt es sich und flüstert umher er kommt um zu geben den armen noch mehr er fliegt am himmel in einem großen schlitten ein goldener schweif folgt ihm hoch und weit er verteilt seine gaben noch heute nacht du wirst sie finden bist du erst aufgewacht so schlafe nun fest mache die lichter aus träume recht schön dann kommt der nikolaus ja das fand ich so schön dass ich gedacht habe das möchte ich gerne mit euch teilen morgen ist der nikolaus und ja ich hoffe ihr habt alle eure stiefel geputzt und der nikolaus hat nur gutes über euch in sein goldenes buch geschrieben dass mir da keine klagen kommen sonst ihr wisst ja was er sonst macht dann kommt die rote ich möchte keine geschichten darüber hören dass er eine rote bekommen habt das ist glaube ich dann nicht so gut ich wünsche euch natürlich nicht dass er die rote bekommt dann gehen wir jetzt mal dazu über und öffnen türchen 5 im spiel so text base 2009 da bin ich mal gespannt text base 2009 bin gespannt was das wieder ist aha der gutscheincode wurde erfolgreich eingelöst du erhältst plus zehn lagerplätze in deiner sattelkammer ja ich habe nämlich schon gesehen dass wir im handel also wir haben jetzt einmal unter verwaltung lager und sattelkammer und dem handel equipment und futter das wird bald integriert werden equipment wird bald integriert da werden wir dann im lager zum beispiel finden wir ähm heu wir finden müsli wir finden karotten und jetzt sind 15 von möglich 50 plätzen halt belegt ja und dann denke ich mal werden wir das kaufen müssen um unsere pferde halt eben versorgen zu können in der sattelkammer finden wir jetzt hier das show halfter was wir in türchen 1 hatten ja ja und auch futter lässt sich wahrscheinlich bald dann halt eben im handel kaufen macht das ganze noch mal etwas realistischer weil wir halt wirklich aktiv futter besorgen müssen aktiv uns um unsere tiere kümmern müssen equipment kaufen müssen das ist natürlich eine schöne sache wie ich finde gefällt mir auch wirklich gut ich bin mal gespannt wie teuer da die sachen immer sind und inwieweit das dann bezahlbar ist und vor allen dingen ja was die diamanten dann letzten endes auch für uns bringen die wird die werden bestimmt auch irgendeine bewandtnis dann haben ja dann wünsche ich euch einen wunderschönen vor nikolaus abend denkt dran schlaft richtig schön morgen kommt der nikolaus genau lichter aus nein ich wünsche euch eine wunderschöne nacht vorher noch einen wunderschönen abend und dann hoffe ich wie gesagt für euch dass ihr morgen keine rote bekommt sondern der nikolaus euch wohlgesonnen war ihr lieben wir sehen uns dann morgen beim nikolaus türchen ich verabschiede mich und sage bis morgen tschüss